Und hier haben wir im 1. und 2. Land, hier im Geissern und Häusern. Hochkaufen, ein bisschen vom Alp in Hoch. Im 4. Land nehmen wir hier Lola und im 2. Land den Vira. Und im 3. Land stehen die Ritterstall, Kohler, Poli, Münch mit Penuzia. Also, wir haben durch eine rechtliche Affektion und eine wunderschöne Appenzelligkeit. Und hier haben wir hier Lola und im 3. Land stehen die Ritterstall.